So, 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 YouTube. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Travel.Earth. Ja, ich habe gefunden, dass man Übungskonfigurationen machen kann. Ähm, und ich würde sagen, da gehen wir doch mal rein. Man kann hier nämlich ganz viel auswählen noch. Die Welt, Argentinien, Benelux, Brasilien, Bulgarien, China, Deutschland, die Schweiz, Frankreich, Nordrhein-Westfalen, Indien, Irland, Italien, also ganz viel. Russland, Spanien, Vereinigte Staaten. Ähm, aber da muss man sich in den Ländern auskennen. Hier kann man die Route natürlich auswählen. Man kann auch sagen, man möchte zum Beispiel immer von dem Land starten. Spielmodi, schwieriger oder normaler Modus gibt es. Wie viele Versuche man haben können, möchte. Ähm, keine kürzeste Route, nur Vermutungen, ohne durchzugehen. Man könnte hier also auch noch Länder ausschließen, die man umlaufen müsste. Okay, das machen wir aber nicht. Wir machen hier auf jeden Fall erstmal Standard und sagen, spielen. Und heute würde ich gern von Lettland nach Guina Bissau. Alter, von Lettland nach Guina Bissau, wie viel Kackwege sind denn das? Okay, Lettland, Litauen. Aber ist Litauen die beste Wahl? Das ist nämlich die Sache, die man jetzt überlegen muss. Ist Litauen die beste Wahl? Ist es vielleicht besser, wenn man zum Beispiel Rüsseland nimmt? Ukraine? Weil man größere Wege zurücklegt als Einzelländer. Wir haben 17 Versuche. Und das hier, das wirkt ganz lustig. Marokko, Ägypten, wahrscheinlich Ägypten, Schad oder sowas. Ägypten, Sudan, Schad. Ägypten, Sudan, Schad. Ägypten, Ägypten, wahrscheinlich dann Palästina, Israel. Ich weiß nicht, wie das Spiel das hier zählt. Also Israel. Dann kommt das mit der, nicht Albanien, mit dem Tannenbaum. Äh, Armee, nee, nicht Armenien. Aserbaidschan, nee. Irgendwas mit so einem Tannenbaum, das finden wir schon raus. Dann kommt Türkei. Griechenland. Aber warte mal, Türkei. Und dann, dann ist nämlich die Sache, dann könnte man nämlich auch über Rüsseland gehen. Aber das ist nicht der kürzeste Laufweg, nicht? Weil da müsste man einmal komplett ums Schwarze Meer rumlaufen. Es geht ja um den kürzesten Weg. Und in dem Fall nicht länderkürzester Weg, sondern Laufroute kürzester Weg. Und die Laufroute kürzester Weg würde nicht über Rüsseland führen, weil man dann hinten über Schwarze Meer irgendwie an die Türkei rankommt. Wir müssen aber hier südlich und an die Türkei kommen am besten. Das weiß ich halt nicht. Ich versuch's mit Litauen. Ist dran, aber ist nicht die beste Wahl. Okay, dann kann's ja eigentlich nur... Ukraine sein? Ist da. Shit. Ich verballer gerade meine ganzen Versuche, ist das peinlich. Okay, Belarus, Ukraine. Aber sind nicht die besten Wege. Ja, dann ist er ja doch der beste Weg, Russland. Auch nicht. Doch, Russland ist der beste Weg. Okay, ja dann, dann Türkei, oder? Oh, da fehlt... Haben die keine Verbindung miteinander? Kommt da erst Syrien noch, Mank? Türkei wär gut. Syrien ist da... Aber haben die nicht immer Probleme? Russland, Türkei mit Syrien? Ich dachte, Syrien ist hier. Okay, Syrien liegt auf jeden Fall vor Rute. Wer ist denn rechts von der Türkei? Moldau? Oder sowas? Ist... Aber... Was sind die? Irgendwo hier, ne? Könnt aber sein. Republik Moldau. Probier's. Da ist die... Ah, nee, warte mal. Was ist denn... Da gibt's doch so eine Region, die auch beide umkämpfen. Nicht Moldau? Ach, wie heißt denn die da? Oh, ist das übel. Das ist richtig übel, das Game. Man denkt, man weiß die Sachen. Man weiß sie aber absolut nicht. Moldau? Tschachikes, Turkmenes? Ach, was liegt denn da? Ach, was liegt denn da? Okay, also Syrien. Syrien wäre sogar der korrekte Dings dann auf dem Weg. Wahrscheinlich dann... Boah, ich weiß nicht, was an Syrien eingrenzt. Palästina oder so wahrscheinlich. Dann Israel, dann Ägypten. Oder vielleicht sogar Iran oder sowas. Iran und dann Israel. Das könnte auch sein. Ich weiß nicht, was der beste Laufweg ist, ne? Ich weiß ungefähr, was hier so ist. Ich weiß nicht, was der beste Laufweg ist. Aber was hier ist... Ich hätte Syrien echt hier hingepackt. Muss ich gestehen. Und hier hätte ich ein anderes Land hingepackt, an der Küste entlang. Hier ist halt mehr Landmesser, als man denkt. Hm, 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 hm. Hm. Wie heißen die denn? Aus T, Togo, Türkei, Tunesien, Turkmenistan, Tchatschikistan, Tschechien, nein. Trinidad, Turk, nein. Türkische Republik Nordzypern, nee. Und dann kommt nur T im Namen. Turk oder Tchatschikistan? Tatschikistan? Turkmenistan. Boah, da hinten. Okay. Dann ist hier Aserbaidschan, Tchatschikistan und wahrscheinlich Turkmenistan. Was da? Boah, wie riesig das ist. Schade, ich dachte, das grenzt hier vielleicht dran. Was liegt denn zwischen Turkmenistan und der Türkei? Ist das doch Georgien? Ha! Doch, Georgien. Mann. Boah, das... Das tat weh. Okay, Syrien. Wir können auf jeden Fall auf Israel gehen. Das liegt auf jeden Fall auf der Route. Sogar direkt das nächste. Dann können wir auf Ägypten gehen. Ägyptisch. Super. Super. Jetzt ist die Frage. Sudan oder Marokko? Ich würde sagen, Sudan ist nicht die beste Route. Marokko und hier ist noch mit A Algerien davor. Aber ich glaube, Algerien suchen wir nicht. Algerien dürfte bis hier gehen. Hier kommt irgendein Land ran mit so einer ganz schmalen Landzunge, glaube ich, oder? Algerien ist erst da. Shit. Warte mal, wenn Algerien da ist, was sind da dazwischen für eine Flagge? Wäre aber der richtige Weg. Okay, das heißt, wir müssen das Land dazwischen finden. Schad? Kommt auf jeden Fall der Schad. Was ist denn da an der Küste? Algerien? Ägypten? Algerien, Ägypten? Äh, man ist wie verblödet, oder? Algerien, Ägypten? Tunesien, Marokko, Mauritanien, oder Südsahara, je nachdem, wie man es bezeichnet. Senegal? Was kriegt da alles hin? Aber hier, Tschad, Sudan, Südsudan, Zambia oder so? Aber was ist hier? Boah. Ich bin echt sprachlos. Okay. Das Problem ist, als nächstes könnte ich nur den nächsten Umriss anzeigen lassen. Der würde mir nicht helfen. Aber ich mache es mal. Hilft mir ja gar nicht, nicht? Wie es aussieht, hätte ich gewusst. Mit den Küstendingern. Ja. Aber was ist das für ein Land? Ägypten? Ich hätte geschworen, das ist Algerien und dahinter kommt dann Tunesien und Marokko. Aber ha ha Problem ist, ich will ja auch nicht Initialen aller Länder, ich will nur das Initial dieses Landes haben. Mehr brauche ich gar nicht. Aber okay, Umrisse aller Länder, Initialen aller Länder, bitte. Ey, Libyen! Oh mein Gott. Jetzt, jetzt Command & Conquer Libyen, nicht? Boah, ei, 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 okay, Libyen, Algerien, ja, über was gehen wir denn jetzt? Mauretanien und dann Senegal? Ist das kürzer oder ist das kürzer? Ist sogar das Richtige und Senegal, nicht? Das ist dann easy gewesen. Dann haben wir es. Oi, 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 17 von 17, wir haben es gerade so geschafft. Die kürzeste Lesung war 10 Versuche. Lettland, Russland, Georgien, Türkei, Syrien, Israel, Ägypten, Libyen, Algerien, Mali, Guinea, Guinea bis so. Boah, heftig. Okay, die Stelle hier, also hier erstmal rauszukommen, um den kürzesten Weg zu finden, ist dann gar nicht so schwer, nicht? Weil man ja nicht ungefähr, also man muss ja genau wissen, was die kürzeste Route ist, ist, dass sie jetzt hier oben drüber läuft. Ich hätte gedacht, wenn ich laufe, wäre das wesentlich kürzer. Hm. Dass ich hier über Niger, Mali, Guinea, Guinea bis so, oder Senegal, Guinea bis so, laufe. Also für mich ist das nicht die kürzeste Route. Und von den Ländern hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dann geht es vielleicht doch nach Ländern. Da muss ich nochmal in die Doku gucken. Und dann finden wir beim nächsten Mal eine bessere Route hinaus, würde ich sagen. Wir können nochmal gucken. Wo waren das? Wo waren die Sachen? Irgendwo konnte man doch diese Daily Aufgaben starten. Achso, erledigt. Achso, Normalspielen. Ah, man muss auf Normalspielen. Und hier gibt es nämlich noch andere Sachen. Hier nochmal. Die kürzeste Route erraten. Nicht in der richtigen Reihenfolge. Okay. Achso, das wäre das. Das will ich auch nicht. Hier gibt es noch Üben und 20 andere Karten. Deutschland und die wöchentliche Herausforderung. Und die führt uns von Südkorea nach Vietnam. Ohne Iran oder Volksrepublik China zu passieren. Okay, das machen wir noch. So, von Südkorea. Wir können nicht über Wasser, soweit ich weiß. Weil sonst wäre es ja einfach, nicht? Dann wäre das nächste Land quasi Vietnam. Man könnte noch Hongkong oder so dazwischen nehmen. Hongkong, Makao, Taiwan, Vietnam. So. Ich glaube nicht, dass das die Route ist. Das heißt, wir müssen die Landroute finden. Also, wir wissen auf jeden Fall erstmal Nordkorea. Das ist easy. Ist auch die beste Route. Okay. Dann kommen nicht die Mongolei und nicht Rüsseland. Dann würde China kommen. China können wir aber nicht nehmen. Also müssen wir Rüsseland nehmen. Ist auch die beste Route. Dann definitiv die Mongolei, weil wir wieder runter müssen. Ist aber nicht die beste Route. Es gibt also eine bessere Route als die Mongolei. Weil Mongolei, da kommen wir dann nicht raus, nicht? Ah, shit. Dann Nepal. Ah, jetzt wird es kritisch. Nepal ist da unten. Ich hätte Nepal hierhin gepackt. Stimmt, Nepal ist ja an Bangladesch. Man muss echt, man muss ganz langsam machen und nachdenken, nicht? Okay. Nepal liegt nicht mal auf dem Weg dahin. Laos auf jeden Fall. Ich will mal nicht so viele Punkte. Ich mach das mal. Laos kommt auf den Weg. Anders kommen wir da nämlich nicht raus. Ohne China. Ja. Es ist die Frage Thailand. Ich mach das jetzt rückwärts. Thailand wäre falsch. Was wäre denn hier oben drüber über Laos und Thailand? Hier ist Kambodscha. Thailand, dann ist es Bangladesch, nicht? Bangladesch ist da. Liegt auch nicht auf der Route. Was ist denn neben China, was bis hier unten reicht? Hier ist noch Vietnam irgendwo. Achso, wir sind in Vietnam. Okay. Hier ist China doch überall. China geht doch bis hier drüben. Ohne Volksrepublik China zu passieren. Ohne Volksrepublik China zu passieren. Okay, wir können, vielleicht ist es doch, aber dann könnten wir auch auf Taiwan direkt gegangen sein oder Japan. Inseln springen ist, glaube ich, nicht erlaubt. Also, bis auf Laos haben wir noch nix, was mich näher ranbringt. Äh, Kasachstan könnte es noch sein. Das ist richtig. Okay. Dann können wir nämlich schon mal einen großen Sprung machen. Was kommt südlich von Kasachstan? Äh. Turk. Nee. Tö, 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 tö. Chachikistan. Ohne. Okay, liegt auch nicht auf der Route. Dann Aserbaidschan. Liegt da hinten. Wäre nicht richtig. Warte mal, wenn Aserbaidschan hier ist und Chachikistan da, wie heißt denn das hier? Ah. Boah. Also, die beiden Stellen sind die, meine Erzfeinde, auch wenn es um, ähm, Flaggen geht. Ich meine, Georgien als Flagge kriege ich immer noch hin. Aserbaidschan und Turkmenistan und Chachikistan. Turkmenistan war hier, das Große, nicht? Das wird es auch nicht sein. Doch, das ist es. Okay. Da hätte ich aber Chachikistan. Gut, weil man zwei Länder braucht, ne? Was ist hier für ein Land zwischen? Boah, wie sollen wir denn noch hier, was ist denn, also hier ist China überall. Indien. Indien liegt auf jeden Fall auf dem Weg. Was ist zwischen Indien und Bangladesch? Ah, weil Indien um Bangladesch herumliegt. Deswegen ist es dichter dran und nicht Bangladesch. Ah, alles klar. Okay, sie haben gesagt, ohne Sklaven. Ich finde, das hier ist ja eigentlich schon fast eine Sklave. Boah, zwischen Laos und Indien. Ich werde es nicht lösen können. Auch von Turkmenistan nach Indien. Das ist wahrscheinlich ganz obvious. Aber ihr habt auch keine Ideen, ne? Also nachgucken kann man immer, nicht? Aber so, wenn man überlegen muss, ist das echt mies. Zwischen Turkmenistan und Indien. Und zwischen Indien und Laos. Kambodscha, Thailand, Malaysia. Ich weiß ganz genau, einmal im Timeguesser waren wir, glaube ich, da. Ich komme nicht drauf. Malediven oder so? Hm. Hm. Was haben wir denn? Vielleicht, wenn ich es lese. Grönland, Georgien, Guatemala, Guadalupe. Togo, Angola, Anguilla. Anguilla oder sowas. Sowas könnte sein. Mongolei. Mongolei hatten wir. Singapur, Hongkong. Nein. Kirgisistan. Ja, Kirgisistan. Natürlich. Natürlich. Okay, aber das ist nicht die perfekte Route. Aber hätte ich natürlich eher genommen, nicht? Also, dass Turkmenistan die kürzere Route ist, okay, weil es weniger Länder sind als Kirgisistan und Chachikistan. Okay. Das hilft trotzdem nicht auf der Lösungsseite. Was haben wir denn noch bei L? Laos haben wir schon. Libyen, Litauen, Lesotho. Nein, Liberia, Lettland, Luxemburg, Sri Lanka. Ne, dass die Insel ist. Sierra Leone. Afrika, nicht? Albanien, Algerien, Elfenbeinkiste, Malta, Belize, Irland, Belgien, Malawi, Malediven, Kolumbien, Salomonen, Bulgarien, Eye of Men, Falkland-Inseln. China dürfen wir nicht nehmen. Nepal haben wir. Ging ist falsch. Tukkula ist eine Insel. Thailand haben wir. Ist es nicht. Russland, Grönland, Grönland, Finnland, Somaliland, Bangladesch ist es nicht. Mongolei war es nicht. Guadeloupe, Nufolgen, Neu-Kaledonien, Kongo, Moldau, Zypern, Senegal. Nein, Australien nicht. Helena, Neuseeland, Portugal. Nee. Boah, Kuk-Inseln, Keimen-Inseln, Weihnachts-Inseln, Hurt- und McDonnell-Inseln, Karibische Niederlande. Nee. St. Pierre. Mit R irgendwas. So andere Unionen, Rumänien. Madeira. Autonome Region Madeira. Okay, ich dachte, die gehört zu Portugal. Und ich dachte, wir spielen ohne Exklaven. Aruba. Nee. Nee. Aber die meisten haben doch ein E im Namen. Da dürfte man doch da hinkommen. Eritrea, Estland, Ecuador, Eswatini. Nein, El Salvador nicht. Peru, Kenia, Nepal, Benin nicht. Belgien, Lesotho, Reunion, Serbien, Bermuda, Georgien, West-Sahara. Siehst du, West-Sahara ist doch drin. Okay, Neuseeland, Deutschland, ja, Deutschland. Neu-Kaledonien. Nee. Vietnam, Grenada, Guernsey, Liechtenstein. Aserbaidschan. Aber Aserbaidschan hatten wir schon, oder? Mauretanien, Montenegro, Montenegro, ich probiere mal. Da hinten. Okay, nee, ich hab das mit was anderem verwechselt. Ähm. Okay. Äh, pfff. Ich hab echt keinen Plan. Okay. Wir machen mal alle Kürze. Iran? Iran? Okay. Da wär ich never ever drauf gekommen. Iran darf nicht passiert werden. Hä? Warum? Warum soll ich denn... Ach, weil ich in Turkmenistan bin, nicht in Aserbaidschan. Okay. P. Was ist denn mit P? P. 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 A. Ich hab da A durchgeguckt. Dann ist es Anguila oder sowas. Oder ist das Afghanistan? Ist da Afghanistan? Ich hätt das hier hingepackt. Da ist Afghanistan. Boah. Wie wenig Ahnung man davon hat. Ich hätt Syrien und Afghanistan zusammengepackt. Aber hier ist Irak. Syrien, Irak, Iran, Afghanistan. Boah. Never ever wär ich darauf gekommen. Hä? War nicht Afghanistan? Es gibt noch eine kürzere Route als Afghanistan? Doch, ist richtig. Aber ah, okay. Wir waren so oder so fertig. Pakistan? Pakistan! Boah. Und Myanmar! Genau. Das spreche ich immer falsch aus. Boah, ist das peinlich. Okay, also die Ecke ist wirklich meine Nemesis. Obwohl ich glaube, hier wird es noch schlimmer. Afrika geht wirklich noch einigermaßen. Hier bin ich dann gespannt. Da können die kleinen Routen natürlich... ...hier die Sachen reinschlagen. Ich finde, das macht auf jeden Fall Spaß. Man kann sich schön blamieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann zu Travel Earth. Bis dann. Vielen Dank.